zur 40 folge von minecraft dead ja heute ist folge 40 und das muss etwas gefeiert werden und ich sage jetzt mal zu euch dankeschön für 40 folgen für euer feedback für eure aufrufe eure kontage auch wenn niemand kommentare schreibt danke ich trotzdem bedanke ich trotzdem bei euch fürs feedback und für alle likes und aufrufe ja ich habe in der ich habe immer auf stream ein bisschen gebaut weil ich glaube man wollte sehen dass das dach baue hier weil dieses dach hat wirklich das dach das war so nervenaufreibend gewesen das war so alter ich bin fast ausgerastet weil es so eine scheiße war und ja aber es ist jetzt hinter uns also es ist jetzt fertig und genau weil ich bin ich hatte ich hatte sowieso schon etwas naja meine daune war halt nicht die beste sag ich mal und dann auch dieses dach zu bauen wo ich irgendwie auch wirklich gesneakt habe untergefallen bin das war also es war wirklich so ein scheiß gewesen und ja na genau moment ja genau und ich habe doch mal da diesen die küsten schutz maßnahmen oder ein bisschen eingebaut und habe dann hier das lach ausgefüllt und ansonsten habe ich eigentlich nichts gebaut also ich glaube ich brauchte sogar 40 minuten was alles zu farben und zu bauen also das habe ich einfach nur und ich habe im dorf denn gewesen mit dem raid war weil auch hier plücher umgegaukelt sind aber die sind die sie sind irgendwie so kurz gespawnt die plücher weil dann auch berge sind denn das in einer höhle wie viel gewesen war aber irgendwie war doch einer irgendwo gewesen den ich gefunden habe nach zehn suche ich hab nicht gehabt ich glaube ich hatte ungefähr zehn zwölf und gebraucht was jetzt die ersten von habe und die der den anderen restlichen hat mich nicht gefunden deswegen naja genau und heute ist ja wieder farm angesagt also ein bisschen cobblestone farmen und dann bauen wir den bei der brücke noch mal weiter und den pfeiler könnten wir auch bauen den pfeiler weil ich meine nur den haben hinter uns aber ich glaube es machen wir erst fahren wir kurz rund und dann gucken wir weiter zum höhle das ach ja die höhlen immer also ach sie war schon gewesen bisschen ach die wichser ja 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 genau und heute ist samstag ich wollte heute ein paar mehr folgen aufnehmen eigentlich aber das war ein bisschen zu blöd gewesen für mich weil ich hatte ich bin heute morgen früh aufgestanden aber ich musste sehr oft auf mein bruder aufpassen weil meine mutter ein bisschen im haushalt aufmachen musste deswegen habe erst der zeit aufzunehmen und heute abend bin ich halt nicht zu hause war ich da wir haben ein bisschen das ein oder andere glashebel genau weil heute abend ein oder andere glashebel werde ja und am morgen auf jeden fall werden wieder wesentlich mehr folgen kommen oder da produziere ich mindestens zwei vorher schon mal eine für morgen und eine für montag oder dienstag je nachdem empfehle ich folge ich morgen aufnehmen genau ja wir haben jetzt ja ich glaube haben wir so reichen zwei stacks weil ich weiß dass ich ganz genau wie tief ist da ich ist denn sonst ja 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 kein ding von king was ist hier eigentlich alles ja also da können wir mal nächsten tage wieder verhöhltum machen und wegen beller sie hat heute geschrieben ob wir ob ich auch bin also minecraft ist so ja keine antwort aber mal gucken vielleicht spielt die nächsten tage wieder mit nächsten folgen meine ich und dann können wir wieder ein bisschen mehr bauen und dann baut sie auch ihr haus zu ende endlich mal und dann genau aber einfach haben wir so ein bisschen weil ich weiß nicht wie tief es ist bei der brücke deswegen jetzt mit drei sechs mit drei sechs kommen sondern gehen und dann irgendwie doch dass das ob wir brauchen was einfach ist drei verbrauchen ist halt ein bisschen blöd deswegen ein bisschen mehr haben dann sind wir auch auf der sicheren seite genau ja ich weiß gut dass hier anders sieht ist weil das könnte gebrauchen nicht für diesen folgen wegen straßen baut alles von daher genau ja also die diese mine hier muss doch ist auf jeden fall wieder ein bisschen na ja was sagen wir müssen wir müssen nach unten bauen aber das kommt noch irgendwann mal aber jetzt gerade mal so ein bisschen normal kostet und fahren genau und ich meine können auch reintäuscht unten beim pfeiler etwas etwas gaukeln also sind davon ein bisschen ein bisschen tricksen weil wir haben noch haufenweise stein treppen und können wir ganz unten am pfeiler als sozusagen als fundament benutzen ja also den reichen mal kurz weil hier ist jetzt zwei haben wir hier 265 merken muss jetzt 265 und da hinten müsste keine ahnung also gucken wir mal 35 35 35 35 35 ja über 70 blöcke und zeigt jetzt bis zu 300 und dann bauen wir den pfeiler ein also ab 300 also hier um man auch denkst du sein schön mit dich zu sein manchmal ich war jetzt hier mal kurz riesen jetzt so 15 breit machen so 1234 jawollo also für so kommen sind machen meine noch mal drei breit ich sagen und so viel pushen können gar nicht hier machen weil das doch eigentlich niedrig ist von der tiefe her von daher eigentlich nur so viel pushen ist da gar nicht aber ja besser als zu tief nur ja 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 dünn 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 ja ja also läuft auf jeden fall und ja also die gien jetzt auf die 50 zu war schon mal was was irgendwie für mich ein bisschen unreal unreal vorgeht weil irgendwie weiß nicht gefühlt mich noch bei folge 20 so genau wüsste ich meine weil jetzt halt wirklich einfach so der maßen rent aktuell und ich muss sagen ich habe ich habe folge 50 wirklich schneller erreicht als eigentlich gedacht ich dachte zu jahr gefühlt von als länger ne was war doch gar nicht mal so lange so eigentlich aber ich meine schlimm ist es nicht nur neulich ja machen wir so jetzt hier bam 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 nein jungs nein jungs nein oh mein gott ich könnte kotzen verschoben ich glaube oh ich mach mal 20 jahre alles abzubauen ne ach nee warte mal machen wir es hier abbauen und dann machen wir dann auf der anderen seite auch ein bisschen so ne Alter Denkst du, was ist denn jetzt los? Ja, verbaut, Alter, geil Also ein bisschen Verschoben alles Ach ja Minecraft, wir leben und wir hassen es Alter, jetzt kommt der Ja, das sind Sachen, die mich manchmal aufregen Ertrunkene, also Zombies Unterwasser-Zombies Ach, nee, oh, Junge Wo ist unser Kommisson? Da, genau, guck mal, damit es will So, so muss es jetzt Zweifel machen, jetzt nochmal hier So Haben wir diese kleine Weiß nicht, ach, warte mal Bam, bam Bam, bam Bam, bam Ja, ja, ja Wir bräuchten Unbedingt so ein Dosser-Helm, dass wir unter Osser-Hatmen können Ja, ist auch gut, Mensch Hallo Genau, dann machen wir das auch hier So Oh Wir haben Wir haben Erfizienz 3, das braucht 20 Jahre Ah, Junge, ich könnte Also wirklich Genau Guck mal, was noch hier Machen wir noch hier ein bisschen Wer ruft mich jetzt Ah, ich könnte wirklich kotzen Mein Kurzbegleich So, da bin ich wieder auf jeden Fall Und ich bin ein bisschen am Stein farben Weil wir natürlich jetzt Gleich mal die Straße bauen müssen Und ich glaube, wir bauen doch einfach Aufentspannen die Treppen Aber erst mal machen wir die Treppen Aus dem einfachen Grund Weil Wir haben auch genug Treppen Um eigentlich hier Die zu verbauen Und ich meine Das fällt nicht auf In der Stadt Jetzt Cobblestone Steintreppen sind So von daher eigentlich Ey Hm Ja, ja Also heute bin ich Ein bisschen Aggressiv Ich weiß auch nicht wieso Ich habe meinen Kaffee getrunken Beruhigt habe ich mich jetzt nicht Ha Aber naja, egal Oder könnten wir auch So langsam überlegen Wegen der Schiene Ja, wegen der Eisenbahn Weil ich baue sicherlich noch Keine zweite Parallelbrücke Extra Für die Eisenbahn Wobei eigentlich Das wird sich ja Eigentlich anbieten Davon, ne Ha Eigentlich ja schon Können wir Können wir da auch anhalten Und dann hier wieder fahren Wissen wir meine so Aber das machen Und das Entscheiden wir mal In den nächsten Folgen Weil es wird der Drill Talk Irgendwie echt Gut anbieten So als Als so eine Art Knotenpunkt Sozusagen Wüsste ich meine So eigentlich Aber wie gesagt Gucken wir mal In den nächsten Folgen Jetzt erst mal Wird hier gebaut Bam 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 Man selbst brauchen wir auch Eigentlich nicht Wovon da Hey Aber ich muss sagen Der Controller ist echt komisch Ich hatte davor Ja so ein Etwas kaputteren PS4 Controller Gehabt Wo die Tasten Zwischendurch gespackt haben Aber ich fand Irgendwie Da war der In der rechten Der Recht ist dick besser Irgendwie Bisschen besser So vom Feeling her Weil der ist irgendwie Hier bei meinem Controller Teil komisch Also total Weiß ich nicht so Nicht so Weiß ich nicht wie ich beschreiben soll Ein bisschen blöd eigentlich Aber der bei dem Controller spinnt Wenigstens nichts Von daher Muss man auch schon mal ein paar Kompromisse eingehen Aber GTA zum Beispiel Was auf dem Rad irgendwie Ging es einfach nicht In Sinne von Ich konnte nicht mehr umswitchen Von MP zur Pistole zum Beispiel Konne ich gar nicht mehr machen So von daher Ist es eigentlich ganz gut Aber wie gesagt Der R3 Stick ist halt ein bisschen Weiß ich nie Und machen wir eigentlich noch Was nehmen wir jetzt eigentlich als Zaun Was haben wir jetzt parat alles da Wir könnten natürlich Eigentlich haben wir von nichts viel Aber wir haben gar nichts viel Ich weiß nicht wie viele Steine Ne 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 Machen wir schon eine Holzbrücke Wenn schon denn schon ne Wie viel Aktienholz haben wir gerade Zwei Okay Zum Glück sind wir gerade in einem Aktienbiom Von daher können wir noch was fahren Dann machen wir da einfach Zäune hin Würde ich sagen oder Ich glaube Zäune sind ja ein bisschen zu billig aus Eigentlich Ja so ne riesen Brücke mit so Normalen Zäunen Aber mir würde ich jetzt persönlich auch keine weitere Alternative einfallen Von daher weiß ich gar nicht was da jetzt genau Phase ist Ja ist das Das glätt Ignorieren wir jetzt konsequent Meine Herren da Wo ist unser Schild da Gut Junge 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 Will man einfach nur in Ruhe farmen Ja Wird von allen Seiten belästigt Oh Junge Und du Hau ab hier Das Ding ist Ich glaube Das habe ich schon letzte Folge erzählt Aber mit dem YouTube Kanal Also man gefühlt alle Freunde von mir wissen Über meinen YouTube Kanal Bescheid Das ist ein bisschen Ein bisschen peinlich Aber auch irgendwie Ich meine ich stehe dazu Keine Frage Aber auch ein bisschen Ein bisschen Genau Na ja Also aber Ich muss ein paar Videos auf Quatsch stellen Die ich gestern gesehen habe Die ein bisschen peinlich waren Sag ich mal Von daher Genau Und ich würde sagen Jetzt gucken wir kurz mal wie das Haus da steht Weil Wenn wir die Brücke bauen Machen wir die wieder Ich sage Drei reicht eigentlich Oder Drei reicht So in der Mitte So eine Bahn Und dann links rechte So eine Art Pfeiler Und so eine Verstrebung Na mal gucken Also gucken wir mal hier so Ich würde ungefähr hier so gehen So Ungefähr halt so breit sein Das wäre eigentlich machbar Nur mit drei Stück Nur Und die so als Haupt Strecke Und Also Zum Fuß gehen Und so Keine Ahnung Und die Für Halt Die Bahnstrecke Aber dann müssen wir auch wieder Haufenweise Stein farmen Uiuiuiui Aber erst mal ausleuchten Und ich würde sagen Leute Vielen lieben Dank Fürs Zusehen Lasst sehr gerne ein Like da Und falls ihr Bauchdänen habt Was man noch bauen kann Hier alles drauf Lasst mich sehr gerne wissen Und schreibt sich vor Tage einfach Habt noch einen schönen Tag Und einen schönen Abend Und ciao Out Vielen Dank.